Mit dem Audi MMI wird Komfort individuell. Das Fahrzeug erkennt Sie anhand Ihres Schlüssels und lädt das von Ihnen zuletzt verwendete Profil. Ihre Sitz-, Lenkrad- und Außenspiegelposition stellt sich automatisch auf Sie ein. Darüber hinaus werden Ihre Individualisierungen aus vielen Menüpunkten übernommen, sei es Ihr Lieblingsradiosender oder Ihre bevorzugte Temperatur. Der Einrichtungsassistent unterstützt Sie auf Wunsch bei den ersten Schritten. Passen Sie die Oberfläche des Audi MMI Ihren persönlichen Bedürfnissen an. Wichtige Hauptmenüs wandern auf Wunsch nach vorne oder auf die Direktzugriffsleiste. Speichern Sie außerdem Ihr Lieblingslied, häufig benötigte Rufnummern, sowie Navigationsadressen oder einzelne Fahrzeugfunktionen als Shortcut. Bearbeiten Sie Ihre gespeicherten Funktionen, ganz gleich ob löschen oder verschieben, und personalisieren Sie Ihr Profil so, wie Sie es benötigen. Dabei merkt sich das Audi MMI, wenn Sie etwas verändern. Bis zu 32 Shortcuts ermöglichen Ihnen einen schnellen Zugriff auf die Funktionen, die Sie regelmäßig verwenden möchten. Schaffen Sie sich mit bis zu 30 verfügbaren Farben Ihr persönliches Ambiente zum Wohlfühlen im Innenraum. Wechseln Sie je nach Stimmung die Farbkombination der Konturen und Flächen Ihrer Ambientebeleuchtung. Teilen Sie Ihren Audi auch mit Familie und Freunden ohne Kompromisse. Auch wenn Sie einen Schlüssel gemeinsam nutzen, können Sie, bevor Sie losfahren, über das Audi Virtual Cockpit Ihr Profil auswählen. Bis zu sechs Profile können individuell vergeben und auf Ihre Bedürfnisse hin angepasst werden. Alternativ ist der Wechsel auch über das MMI Touch Response möglich. Im Anschluss werden Ihre gespeicherten Einstellungen geladen. Einschließlich Ihrer Infotainment-Inhalte und Ihrer aktivierten Fahrerassistenzsysteme. Dank der Personalisierung wird das Fahrzeug zu Ihrem persönlichen Begleiter. Untertitelung des ZDF, 2020